Ein vorletzter Besuch bei Griffer? Oder vielleicht kommt da noch welche danach? Mal schauen. So, sechs Zeichen. Auf jeden Fall mehr Munition, Treibstoff nochmal voll. Mehr Schrott. Die Essenz nochmal voll. Ich verwende eigentlich kaum Waffen. Okay. Das heißt, ich muss auch noch Grifferpunkte bekommen, nachdem ich Legendenstufe voll bin. Ja klar, man bekommt auch sowas wie Achievements Punkte. Okay. Okay. Ich wiese nicht, dass wir die Zur Gurtgastfestung. Huch. Ja, die kann ich jetzt nicht hinreißen. Ich habe ja mein Harponier nicht dabei. Ich habe mein Harponier nicht dabei, aber ich habe mein Harponier nicht dabei. Ich kann ihn rufen. Das hat sich immer gelohnt. So, wir sehen uns in der Festung. Ich finde es mein Boost. So, wir sehen uns in der Festung. Schrott abgeliefert und... Hallo. So, wir sehen uns. So, wir sehen uns in der Festung. All around us, the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe this water will come back to us on our day record. So, wir müssen uns in der Festung. Wir sehen uns wieder. So, wir sehen uns in der Festung. Sie sehen, die Armour in diesem Wreck-Up, präppend für die Waffe eines Manns-Cum, die bald wiederkommt. War-Boy-Armee, Lord Skrokes, zurück aus dem Tod. Hilf mir das Stil, die ich versuche. Ich bin nicht die Brunnen-Rotten Scheisse, die wir hier finden, sondern die Real-Prime Stil. Mit ihm kann ich dir ein Armour oder ein Strap, finde ich viel extra. Das ist gut. Okay, kann ich nicht runter springen. Kann man machen. Wenn wir schon hier oben sind, kann man das gleich machen. Spell-Crew. Tick, 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 tick. Moment, wo war's? Eins, zwei und drei. Okay. So, wo sollen die östlichen Tunnel sein? Das ist ein gutes Stück entfernt, ja. Aber auch dieses kriegen wir hin. Ja. 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 Ja gut, wenn das Wasser wieder kommt, das ist schon richtig. Das wäre natürlich geil. Mad Max into Waterworld. Aber jetzt nur die Frage, wo ist das ganze Wasser im Moment? Nein. So, da ist man ein Stück unterwegs. Apropos Waterworld, auch irgendwie ein viel gehateter Film und ich verstehe nicht warum. Ich finde den so genial. Die Zeit dieser Vogelscheuche ist jetzt auch gekommen. So, um. Wee, there she goes. 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 We're going to do it. Wee, there she goes. 2000 haupten. Muss ich die Bedrohung noch verhindern? Verhindern, verringern.